Mickey Cattrall, der engagierte Hollywood-Publizist und vielseitige Künstler, ist im Alter von 79 Jahren verstorben. Ursprünglich trat er am Guthrie-Theater in Minneapolis auf, bevor er als Manager und Filmvorführer im Royal Theatre in Westchester arbeitete, das 1982 geschlossen wurde. Er begann seine Karriere in der Werbebranche in Los Angeles bei Landmark Theaters, wo er von 1982 bis 1984 arbeitete. International bekannt wurde er durch seine Rollen in Science-Fiction-Serien wie Raumschiff Enterprise, Das nächste Jahrhundert und Star Trek, Raumschiff Voyager in den 90er Jahren. Neben seinen Star Trek-Rollen zeigte er seine Vielseitigkeit in Projekten wie The Paper Hearts und dem gefeierten Drama My Own Private Idaho. Er spielte auch an der Seite von Johnny Depp in Edward. Seine Talente reichten über die Kamera hinaus, da er sich als Produzent und Publizist im unabhängigen Filmgeschäft engagierte. Er arbeitete an Projekten wie dem Film Dead Calm von 1989, der Nicole Kidman auf die große Leinwand brachte. Während seiner Karriere gründete er sowohl Cattrall & Lindemann Associates als auch Micky Cattrall-Film Publicity. In seinen 30 Jahren in der Film- und Public Relations-Branche vertrat er zahlreiche herausragende Filmkünstler. Möge er in Frieden ruhen. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie. Wenn dich dieses Video berührt hat, hinterlasse bitte ein Like und ein Abo für diesen Kanal. Und schreibe einen freundlichen Satz der Anteilnahme in die Kommentare. Vielen Dank! Vielen Dank!